Elixir, die Suchmaschine für Bildungsmedien. Mit Elixir bieten die Landesbildungsserver, der Deutsche Bildungsserver und das FEU einen gemeinsamen Ressourcenpool für Lernmaterialien und Bildungsmedien, insbesondere für den Schulunterricht. Über die von den Fachredaktionen der Bildungsserver erstellten Inhalte hinaus sind unter anderem Materialien von Lehrer Online, Planet Schule, der Siemens Stiftung oder der Selbstlernplattform Mauswiesel in einer integrierten Suche recherchierbar. Das Angebot umfasst mit Stand Mai 2013 etwa 50.000 redaktionell ausgewählte und auf Qualität geprüfte Bildungsmedien. Recherchierbare Inhalte reichen von Texten über Bilder, Audio- und Videomaterial bis hin zu Selbstlernmaterialien wie Webquests und Schulsoftware zum Download. Diese Materialien werden zusammengeführt, mit moderner Suchtechnologie verarbeitet und sind in Elixir mit komfortablen und effektiven Suchfunktionen von einem zentralen Ort aus recherchierbar. In Elixir gibt es zwei Arten passende Materialien zu finden. Zum einen über die Suche. Entweder in Form einer einfachen Suchfunktion oder auch über eine erweiterte Suche, wenn Sie schon eine sehr genaue und differenzierte Vorstellung von Ihrer Suchanfrage haben. Als zweite Art der Materialrecherche können Sie entlang einer differenzierten Fachsystematik im Ressourcenpool von Elixir navigieren. Beginnen wir mit der einfachen Suche. Gesucht wird Reflexion. Sind es nach dem ersten Suchschritt zu viele Treffer? Können Sie je nach Ihren Interessen filtern. Sei es nach Quelle, Systematik, Schlagwörtern, Bildungsebene oder Lernressourcentyp. Erweitern wir die Systematikfacette, so erhalten wir zusätzlich Physik. Wir filtern danach und erhalten zuerst einige Treffer aus Baden-Württemberg. Interessieren uns momentan mehr die Materialien des FEU? Wählen wir dieses aus. Sollte hier jedoch nicht das passende dabei sein, können wir die Einschränkung wieder aufheben und wählen zum Beispiel stattdessen den deutschen Bildungsserver aus. Machen wir eine zweite Beispielsuche, dieses Mal nach dem Thema Fußball. Wir benutzen die Vorschlagsfunktion und erhalten unsere Trefferliste. Jetzt interessieren uns im nächsten Schritt Materialien aus NRW, also von der LearnLine. Und unter diesen Treffern möchten wir das Thema Fußball mithilfe eines Films behandeln. Wir wählen in der Facette Lernressourcentyp Film aus und erhalten eine übersichtliche Trefferliste. Hier gibt es zum Beispiel einen interessanten Beitrag von Planet Schule mit dem Titel Experiment Fußball. Sehen wir uns die zweite Art an, passende Materialien zu finden. Das Browsen über die Fachsystematik. Wir behandeln zum Beispiel gerade in der Mathematik die Differential- oder die Integralrechnung. Wir gelangen über die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer zur Mathematik und von dort aus über die Funktionen zu den gesuchten Themen. Oder wir suchen etwas Passendes für die Behandlung klassischer englischer Autoren. Wir gelangen über Sprachen und Literatur zum Fach Englisch weiter zur Literatur und rufen dort Autoren auf. Hier gibt es dann zum Beispiel Materialien zu Shakespeare, Orby, Salinger oder Conan Doyle. Die vorgestellten Suchoptionen von Elixier bieten Ihnen also eine Reihe von Wegen, wie Sie in Elixier Materialien finden, die Ihrem aktuellen Unterrichtsbedarf entsprechen. Elixier Die Suchmaschine für Bildungsmedien der deutschen Bildungsserver. Und demnächst bietet Elixier einen speziellen Bereich mit freien Bildungsmedien, sogenannten Open Educational Resources. Diese OER stehen unter freien Lizenzen, insbesondere unter einer der auch in Deutschland anerkannten Creative Commons Lizenzen. Damit wird die rechtlich unbedenkliche Verwendbarkeit der mit Elixier recherchierbaren Inhalte und deren Kombinierbarkeit mit anderen freilizenzierten Materialien nochmals deutlich vereinfacht. Elixier Auch für Ihren Unterricht ist sicher etwas Passendes dabei.